Hallo Leute, hier sind wieder McQuistus 2051 Hey wieder! Und Varuna im See Wir spielen wieder eine lustige Runde Stadt-Landwurst-Online mit dem Mod zu... Äh, was ist das Motto? Neues Spiel Ja, Serie beziehungsweise Filme Das wird wieder lösen Na, was ist mit Setting gemeint? Ähm, Setting ist, ja, Sci-Fi, Western, so gedöhnt halt Also Kategorie Ja, im Prinzip Bei Drehort ignoriert bitte den Bindestrich dazwischen, sonst hätte ich die Kategorie nicht erstellen können Sondern ich hätte die Drehort für ein Porno auswählen müssen Das war das einzige, was mir angegeben haben So, okay Wäre auch lustig gewesen, ne? Ja, in der Tat Das ist den MacGuffin MacGuffin Weißt du das, MacQuisto? Nein Ohhhh Ähm, MacGuffin ist, ähm, damit meint man im Normalfall, äh, so ein bisschen spöttig, äh, ein, äh, ein Plot-Device Das einfach nur existiert für den, für den Plot, ohne selber großartig viel Sinn zu haben Also, jeder irgendeine Artefakt, das gesucht wird, oder irgendeine Maschine, die zerstört werden muss, die eigentlich im Prinzip vollkommen unwichtig und austauschbar ist, äh, für die Serie, den Film Ähm, sowas nennt man einen MacGuffin Aha Oh Gott Aha Gut, ich werde verlieren Eine Handlung auslösen oder vorantreiben, ohne selber unnützig zu sein Ich hab grad bei Wiki nachgeguckt Ja Gut, äh, ihr seid beide da, äh, dann muss man das heute mal das Knappfliege und los geht's für die Sachen, oder? Jo Fang, ja Das wird mein Untergang Also, letztes Mal war schon schlecht Name, äh, boah Name von nem Film Film, Serie, ja Okay Dann ist einfach Film hat redet Nee, das ist ja neuer in deiner Eigenserie Sonst keine alte, äh, Serie vom Bursten Sollte eine neue ausfüllen Ohhhh Hehehe, sonst wär's ja wirklich einfach Null Glitärten wieder schreiben Was? Hab ich denn was denn? Wie, ich soll was Neues erfinden? Ja, natürlich, drauf geht's doch Aha Gott, Hammer Äh Ja, aber nen Drehort darf ich nen Bekannten nehmen, oder? Äh Äh Setting ist, wenn es dann Neues Okay, dann ist das noch in Ordnung Darsteller Ja, äh Warum soll ich nen, warum soll ich nen Namen, nen neuen Namen erfinden? Ist doch doof Das wird ja nie einer das gleiche haben Die ist gleiche Darum geht's doch krank Was? Bei Stattlern Fluss geht's darum, dass ich dem anderen Punkte klauen könnte Ich, mir fällt keine Hauptdarstellerin Hehehe Ähm Jetzt soll man... Äh, ich versteh's nicht Vergesst den Punkte klauen, es geht darum, hier lustige Sachen zu erfinden Genau Pfff So Ähm Was war dieses mit, ähm... Was war das mit dem Gaffin-Dings da? Was war das mit dem Gaffin-Dings da? Plot device Irgendwas unwichtiges Ähm Äh Nein So was wie die Dragon Balls im Prinzip bei Dragon Ball Ähm Wobei die es weniger in die Kalle bei Gaffin verhalten, aber So Sachen halt, so, so, äh, Bundeslagen bei, ähm 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 Bei Vienna Jones Ja, die versteh's Kann andere sein alle Faktzeilen Verpust Hähm Habe ich natürlich bei 9-er-Helf gegen irgendwas, ne? Ich auch nicht Äh, ich bin Hauptdarsteller oder? Keine Ahnung Ja, das müssen wir noch ein bisschen üben So, was haben wir denn schon? Der totale Verlust Hehehe Und nimmt Tü-Tü Tremble-Warm-Attacks Okay Was sind denn Tremble-Warm-Attacks? Die lösen irgendwelche kleinen Erdämen aus, wenn sie sich unter der Erde herangraben Was weiß ich? Ah, okay Die Waffe ist sicher, warum? Irgend so ein Trash-Sot-Was-Film Mit irgendwelchen Piechern, die die Leute fressen und angreifen Das Turing-Test-Labor Ja, das ist nicht so passen wir Was anderes ist mir jetzt auch nicht eingefallen Füller Oh ja, okay Das gibt's wenigstens Ja, klar Wir drehen in Turin, Teneriffa und Texas Warum habt ihr keinen Hauptdarsteller? Den hast du dir aber nicht ausgedacht Ne, da, in der Stelle muss man sich auch nix ausdenken Deshalb finde ich's doof, oben musste ich mir was ausdenken und mittendrin nicht mehr Hervorstellendere gibt's hier ein Telefon Ja, das ist wie das Bügeleisen bei Raumschiff Orion Das ist, äh, Tropfen aus Kriegssilber Machschön Viel Spaß für die Filmcrew Das McGuffin Der Todeswurm Ähm Tampon und Tontopf Ja, an der Stelle der McGuffin, der Todeswurm zum Beispiel Das könnte auch einfach irgendein Alien sein oder irgendein genetisch veränderte Affe oder sonst irgendwas Hauptsache, es ist Drama, es ist Weltuntergang Also eben, was für eine Spitzes da auch immer Das ist deswegen austauschbar Ja Ich hab wieder versucht, da so ein bisschen, äh, mein Motto, im Motto treu zu bleiben Ja, ist ja richtig Den Direktor hast du da aber ausgedacht Von dem her ist der Ja, natürlich Von dem her ist der aber nicht prominent Von dem her ist es falsch Ich dachte, wir sollten uns hauptsächlich Sachen ausdenken Das ist ja mein, mein wirrer Punkt Das verstehe ich ja auch nicht Ja, was ist da Ich verstehe prominenter Direktor oder Regisseur Wir sollten uns fragen, ob es alle aus den Fingern saufen oder ob es ihn geben soll oder ob es uns egal ist Ja, der prominenter Regisseur sagt, er ist prominent dass er schon mehr oder minder existieren soll Du musst jetzt kein echter Regisseur sein, aber eine prominente Person oder irgendwas an der Stelle Ansonsten hätte ich mir auch als Hauptdarsteller Tobias dass der sonstige was ausdenken können Das ist dann auch... Aber halt, es geht wieder an sich Das muss was Neues sein Also musst du mal ein Kreuzchen setzen Ja, man kann's ja mal versuchen Hallo, ich hatte ja überhaupt die Idee Der Regisseur ist bestimmt lustig Noch mal sehen, das hat mir nicht gefallen Und der hab ich gar nicht gesehen Und beim letzten hast du natürlich... Totes Hauptdarsteller ist... Das ist der Standort Klar Ich hab schon wieder ne Uhr da hinten stehen Na gut, geht trotzdem weiter Ich hab drauf gedrückt, bei mir passiert nichts Oh, ich hab wieder über die gleiche Fakten Von vorher Bei mir lagts Aber ich hatte auch vorhin schon die ganze Zeit irgendwelche Probleme Ich versteh nicht warum Ah, es geht weiter Und jetzt ein ganzes Ding rausgeflogen Ach wir haben I, das ist gar kein L Scheiße Ich versuche mir die ganze Zeit verrückte Sachen auszudenken. Der Drehort. Dann nehme ich das den Namen. Nein, was hab ich? Achso. Ah ja, aha. Okay. Den kann ich wohl nicht nochmal nehmen, verdammt. Ähm. Hauptdarsteller... Ich kenne noch keine Star-Steller. Ich weiß doch nicht, wie die heißen. Ich kenne halt immer nur die scheiß Rolle von diesem Spiel. Soll es irgendjemanden einsetzen. Es muss nicht ein Schauspieler sein oder ein Regisseur. Achso. Es soll einfach nur irgendjemand sein, den man kennt, der an der Stelle vielleicht witzig wäre. Requisite. Das ist echt schwer. Du hast es ausgesucht. Ja, aber trotzdem ist es schwer. Ich hab schon... Die vorvorstellende Requisite und das McGuffin können auch was identisches sein. Also man könnte zweimal das gleiche hinschreiben. Das widerspricht sich dann wieder, aber... Äh... Ja, eine Requisite und McGuffin sind zwei Paar Schuhe. Ja. Ich weiß, der McGuffin ist... Komm, fall mir noch was ein, bitte. Komm gar nicht vorwärts. Keine Schocks, nix. Langweilig, aber besser als gar nichts. Ähm... Ähm, Gott. Ich weiß nix. Ne, keine Chance. Keine. Ja, ich auch nicht. Im feurigen Schlund. Die sollte die holde. Keine Chance. Und die Aliens aus Teil 5. Weil es schon vier Filme davon gibt. Ja, aber dann wären es auch die Aliens aus Teil 4. Es gibt ja schon vier Teile. Ich würde ja einen neuen Film machen. Also... Teil 5? Ja, das ist mir schon klar. Aber die Aliens sind aus Teil... Ja, genau. Deswegen. Das gibt dem Titel wenig Sinn. Das sind dann neue Aliens. Keine Ahnung. Dann wäre das jetzt aber der Name für Film 6. Du bist... verwirrst mich. Das ist gut. Ein innovativer Sci-Fi. Super. Insel-Setting. Ah ja, das ist auch gut. Ja, aber das ist das Einfachste. Ja, das ist vollkommen... Wie bei Lost, klar. Insel-Setting. Ja. Ja. Irrer Space-Filler. Oh ja. In Italien, in Islamabad und in Indonesien drehen wir die Filme. Ein irren Space-Filler in Indonesien drehen? Okay. Irgendwie mögen alle Iban als Hauptdarsteller. Ich habe den irren Iban und nur den Schrecklichen. Ah. Und warum weiß ich gerade nicht, denn der hat mir Iban nicht eingefallen. Aber... Ja, okay. Dann hätte ich doch irgendwas mit Inge nehmen können. Ja. Hervorstechen, Erik. Wie sieht er ein Iglu? Ja. No, klar. Warum nicht? Ein inges BH. Ah, okay. Der spielt eine wichtige Rolle in diesem Film. Keine Ahnung. Hervorstechen! Hervorstechen! Ein Megafen-Indianer-Totem. Oh, okay. Ein Indianer-Totem in einem irren Space-Filler in Indonesien. In Indonesien. Wow. Vom Inhaber von Facebook gedreht. Vom Inhaber-Facebook. Wow. Also meins bei Cliffhanger ist zwar irgendwo nicht ganz fertig. Ich weiß nicht. Ja, sehr höre. Ich weiß nix. Ja, aber es könnte passen. Aber wenn Mabier Nein sagt, sag ich auch Nein. Oh ja. Ich gewinne. So. Auf zur Runde 3. Seid ihr wieder gemein. Wie viel hatten wir? Vier oder fünf? Vier. Vier. Dann haben wir ja schon die Hälfte hinter uns. Na aber... Oh, mit D ist doch sehr gemütlich. Boah, finde ich das nicht. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Sei geil. Man hat wirklich weniger Zeit. Man merkt's. Oh, scheiße. Was? Ich glaub ich schreib den Namen richtig. Das müsste mit der Zeit, weil ich falsch schreibe. Zeid ihr fossile. Vorstechenrequisite. Kaffee. Hauptdarsteller. Der war jetzt gerne gleich Prominenten, Direktor und Regisseur wie den Hauptdarsteller. Ja, würden wir auch mehr. Könnten wir auch mehr. Gaffeln. Das mit Gaffeln habe ich immer noch nicht verstanden. Das ist ein Gegenstand, der so weit ist, dass er den Film vorantreibt, aber der Gegenstand hat sich war nur zu. Ja, die Hauptdarsteller sind auf der Suche nach diesem McGuffin, weil es die Welt retten kann oder irgend sowas. Und bei McGuffin setzt einfach irgendwas ein. Wie der Kelch bei Indiana Jones vor diesem Kelch des Temperaturen. Suchen, Artefakt, Suchen, Technologie, Suchen. Ich bin fertig. Ich hab noch was gar nicht. Ich bin fertig. Ja, wie gut, dass du dich auch für aufdrücken darfst. Ja, Mann. Ich bin fertig, saugeil. Schreibt man das vielleicht so? Ich glaub, ja. Ich glaub, ich hab noch kein einziges Mal ordentlichen Klicks hinbekommen. Come on, come on, come on, come on. Sagt der dir die meisten Serien schaust. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fertig. Der langweilige Dracula. Ja. Ich hab da gerade zwei hintereinander vorgelesen. Macht noch mehr Sinn bei den Namen. Der fliegende Schuh des beinlosen Mannes. Okay. Okay. Danger Zone. Ne, Dänemark ist ja langweilig. Ja, wohl, die mir ist aber wenigstens was eingefallen. Der Drehort ist geil. Dubai, das Dach der Welt in Deutschland. Dalai Lama spielt mit. Den hätte ich auch gern als Regisseur gehabt, aber... Den hab ich als Regisseur. Naja. Damian, der Grüne. Grün sagt mir nix, aber Damian hätte eigentlich an der Stelle gereicht, ne. Ah, Derek. Das war doch so ein Action, äh, nee, so ein Detektiv, gell? Genau. Derek, fahr schon mal den Wagen vor. Dachpuppe. Nee, das war Harry, fahr schon mal den Wagen vor. Das hat Derek, glaub ich, gesagt. Nee, er hat's nie gesagt, aber es ging immer an Harry, ja. Der Dereks Glatze, ja, toll. Aber das ist keine Requisite. Äh, nee, an der Stelle wirklich nicht. Ach, dann hätte ich's doch als McGuffin nehmen sollen. Da hätt's schon eher gepasst, ja. Ich wusste nicht, wohin. Ich danke McPhisto für den Tipp von McGuffin. Hm, der Kelch von Johanna Jones. Toll, verdammt. Wenn es das aussieht, ja, Herr Jones, er hat ihn ja nicht gehört. Es ist auch falsch, oh, mitfingelig. Komm. Diamanten, oh. Verdammt. Die sind auf der Suche nach Diamanten. Ja, ich sag gar nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Der Dalai Lama, da haben wir ihn wieder. Ich glaube, meiner ist sogar richtig geschrieben. Kann ich das mal mehr wegklicken? Ich glaube, meiner ist sogar richtig geschrieben. Ich glaube, deiner nicht. Koki hat mich gerade angeschubst. Er ist zu spät. Erklärst du mir mal den Dungeon und Dragon als Cliffhanger? Äh, dass der, äh, der, der, in dem Dungeon gar kein Dragon ist. Es versuchte sich gerade aus der Nase zu sehen. Ja, er hätte doch was geschrieben. Hätte ich mir vielleicht noch was Besseres überlegen sollen, verdammt. Dominosteine überall. Ja, die kommen in den Raum, alles voller Dominosteine und damit ist die Serie. Die Staffel beendet. Ja, das war, das hieß mal Domino Day. Ja, die machen Domino Day spannend. Sie stellen die Steine auf, zeigen sie stundenlang und dann beim nächsten Mal sehen sie wie sie umfallen. Nein. Drück auf Weiter. So, von einem fallenden Dominosteine, der hat es doch mitten im Aufbau sind, da ist der Cliffhanger. Ähm, ein Setting. Ähm, ein Drehort. Ähm, da muss noch ein Zusatzbuchstabe rein. Geht gerade gut vorwärts. Ähm, MacGuffin. Oh, keine Ahnung, was soll denn MacGuffin sein? Unwahrscheinlich. Ah, bei K läuft's sogar relativ flüssig, muss ich sagen. Respekt. Ähm. Ähm, fällt nichts ein. Ähm. Verdammt, das Lied bis zu den drei Letzten. Gott, ich hab auch keine Ahnung, wie man den schreibt. Warum denn, das schreibe ich eher da. Cliffhanger. Ah, Hauptdarsteller. Ach Gott. Ne, die Schreibung mit C, verdammt. Ähm. Öpsch. Oh Gott, jetzt hab ich wieder keinen. Ob ich mir die Serie anschauen würde, dann ich bezweifelte. Hallo. Sagen wir mal einen Hauptdarsteller. Ich brauch noch einen Direktor. Ich hab keinen MacGuffin. Keine Ahnung. Da kann man sich so viel Scheiß aus der Nase ziehen, mir fällt nichts ein. Heiß K. Alles andere klappt gut. Wen kenn ich denn mit K, Herrgott? Ich brauch noch jemanden. Oh, keine Ahnung. Aus dem Grab auferstanden. Oh Gott, das ist ja zu schwer. Boah, das erste Mal hab ich alles nicht. Klammer Runde. Und Kobolde in Irland, Hamburg. Krebst Menschenkreis. Also dein Name ist sehr, sehr gewagt. Was haben wir denn? Der kalte Krieg als der D. Crime Scene New York. Oh du, Crime Scene New York. Was? Was? Doch, komm, das schreibt mir ja wohl eigentlich mit C. Alter, das ist aus dem Englischen und wird mit C geschrieben. Mir wäre fast nicht aufgefallen. Das war so offensichtlich, wie ich war nicht. Was? Crime wird mit C geschrieben und kommt aus dem Englischen. Ja. Quatsch, komm, das stimmt doch gar nicht. Ja, boah. Dann stell dich nicht um. Krabbenstand. Äh, ich hab ein Haar vergessen. In Kasachstan sehe ich gerade. Aber wir haben beide einen Kasachstan gemacht. Ksachstan. Ja, naja, gut. Drehort. Kilimanjaro. Ja. Auch schön. Ein Crime Scene New York Film auf dem Kilimanjaro. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Du hast nicht gesagt, dass das ein Zusammenhang geben ist. Nein, nein, das muss es nicht. Das muss es nicht. Das ist ja der Witz dabei. Das ist total spannend. Oh, Hauptdarsteller. Kaminski. Kevin, der Krebs. Also, ich würde mal noch drauf plädieren, dass Mavio bei McPhisto noch ein Kreuzchen bei Xistern sitzt. Xistern. Das war wirklich nur ein kleiner Tippwähler. Ja, Tippwähler lässt man das mal durchgehen. Ach, cool. Wir müssen den Punkte machen, sonst gewinnt er nachher noch. Dann gewinnt er halt. Darum geht's doch nicht. So, was haben wir denn als Requisite? Wir haben Kabelbinder und die Klicke von oben. Ich bin halt wieder bei dem Motto geblieben und deswegen ist es bei mir nicht. eine Krebssehre. Mhm. Koriander ist echt gut. Der Kalauer des Todes. Es wäre ja eine Symphonie des Teufels irgend sowas geben. So ein Verhalt des Mythos. Ein Kalauer des Todes, das wäre mal was Neues. Ja. Sehste Mal. Katharina, die Große. Ja, sag doch, aus dem Kabelaufwand standen extra für meine Serie. Klitschko. Ich wollte nicht, wie ich Kevin Spacey richtig schreibe. Ja, toll. Dann hätte ich oben auch mal K und C geschrieben. Nein, nein, nein. Ja, der Anfangsbuchstabe sollte schon ein paar Minuten passen. Der Rest ist klar. Da kann man Tipps hier da drin sein. Was ist denn dein Cliffhanger, hey? Das gibt's ja nicht. Die Koriandersäcke enthalten wir bei uns. Oh, Mann. Ja, stell dir vor, war dramatische Musik. Sie haben endlich die Koriandersäcke gefunden. Es ist sims. Killerwale im Anmarsch. Ja, wenn Zucker drin ist und sie dann noch nass werden. Killerwale am Krankenstrand. Ja, das wird's kritisch. Ja, ja. Dann Gathaus. Willkommen. Was? Naja, das war glaube ich mal wieder nichts hier heute. Ja, dann schauen wir doch mal. Warum hat die Gesamtergebung rechnen, muss verstehen ich. Huuuuhu. Und Adios. Was? Ich bin Zweiter, wie hab ich denn das gemacht? Boah, das ist ja Vergleich sogar. Guck mal, wenn du wirklich exakt was selber geschrieben hast, dann gibt's sogar die Punkte, die kann man selber abhieren. Oh Gott. Ein Thriller hat, war das. Ja, ja klar. War letztes Mal schon so. Ist mir noch nie aufgefallen, bedanke ich mal die Bubi-Wählchen für alle. Alleine, das war da unsere kleine Krimi, da gab es auch zehn Punkte für jeden. Also definitiv das Beste war D. D. Da hab ich am meisten Punkte gemacht. Achso, ne. Da fand ich das letzte K eigentlich im besten gar nicht zu allem was. Ja, da hat Veruna echt bei D voll abgesahnt. Ja, bis auf den Cliffhanger. Der Dalai Lama als Regisseur. Hätte ich den Cliffhanger noch gehabt, hätte ich dich wahrscheinlich noch überholt. Höhöh. Ne, wahrscheinlich nicht. Ja, aber auch wieder sehr lustig, das Motto hat mir gefallen. Es war eben mit dem McGuffin-Phil-Faruna etwas verwirrend. Hm. Und dem McGuffin und der Hauptregen sie auseinanderzuhalten, weil ich etwas verwirrends. Ne, ich fand das auch schwierig. Ja, darauf geht's ja. Also ich hab, glaub ich, so ungefähr zwei Kategorien gebraucht, bis ich mich mit den, äh, zwei Buchstaben gebraucht, bis ich mich mit den Kategorien auseinandersetzen konnte. Und dann war's lustig. Aber es hat mir Spaß gemacht. Da müssten wir uns vielleicht mal überlegen, ob wir beim nächsten Motto vielleicht mal ein oder zwei Testrunden machen, also sich eingeklimatisiert haben. Und dann ist es ja nicht mehr lustig, dass wir einfach uns rein stürzen und denken, ach du Scheiß. Das stimmt leider auch wieder. So, also rein von der Historie her würde ich nächstes Mal gewinnen. Das ist euch schon klar. Versuch's. Letztes Mal war ich letzter, diesmal Zweiter, also nächstes Mal Erster. Boah, versuch's. Ich mach euch fertig. Klar, und dann kommt sowas wie Kimi. Ja. Hättet uns ja gewockt. Ja. Aber wir können ihn ja auch mal fragen. Vielleicht macht er ja noch mal nütz. Dann kriegen wir mal vier Leute. Dann auch klicken, dann wird's hässlich oder so. Schauen wir mal. Gut, vielen Dank nochmal. Ich wünsche euch alles Gute und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ebenso. Bis dann. Ciao. Bye.